Ich stehe gerade vor dem Kinderzentrum in Maulbronn und hier findet zusammen mit Eisertquell der nächste Kindertraum statt. Heute haben wir uns gedacht, machen wir auf vielfachen Wunsch der Kids hier im Kinderzentrum Maulbronn ein Kinderkino. Das heißt, ein Kinderkino, sowas gibt es normalerweise nicht einfach in so einem Kinderzentrum. Hier sind viele, viele Kiddies drin, denen es nicht so gut geht, die auch mehrere Wochen hier drin bleiben müssen im Kinderzentrum. Und um die mal rauszureißen aus ihrem Christenalltag, haben wir jetzt gedacht, machen wir einen Kindertraum wahr. Und es geht auch gleich los, die Vorstellung beginnt. Eis Age 3 ist angesagt und es gibt Popcorn umsonst, Eiszeitquellen umsonst, Eis gibt es auch noch zum Schluss umsonst. Also es wird ein schöner Tag heute, da bin ich mir ganz sicher. Jetzt wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Himmertraum, der zusammen mit Eisertquell wahr wird. Viel Spaß bei Eis Age 3. Einen dicken Applaus für alle, die dir gleich kommen auf der Leinwand. Guten Morgen! Einen dicken Applaus für alle, die dir gleich kommen auf der Leinwand. Und wer wird dieser Tag noch schöner, wenn ich sie noch Eis kriegen würde? Ja! Es ist auch eine gute Idee, dass der Film rausgeguckt wird. Man saß halt auf ganz gemütlichen Kissen und man konnte sich immer Eis nur, weil man wollte. Bis zum nächsten Mal.